Hallo, Andy! Hallo, Andy! Hallo, Shaleen! Hallo, Andy! Hallo, Shaleen! Hallo, Schaline, 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 Hallo, Andy, Hallo, Andy, Hallo, Andy, Hallo, Bist du noch da? Ja, bist du noch da? Hallo, Schaline, Hallo, Andy, Hallo, Hallo, Schaline, Schaline, Hallo, da ist das zweite Mal, Hallo, Andy, Hallo, Schaline, Hallo, Schaline, Hallo, fühlelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Hallo, Andi! Hallo, Hallo, Shari! Hallo, Andi! Hallo, Shari! Hallo, Andi! Bist du nass da? Ja, aber jetzt gehe ich ab. Ja? Sollen wir jetzt mal Tschüss, Shari? Shari, du musst sagen, ja oder nein, Andi sieht dich nicht. Nein! Nein? Also, hallo, Shari! Hallo! Aha! Hallo! Hallo! Na, hallo, warte! Hallo! 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 Hast du den Namen vergessen? Oh, Shari! So, jetzt sagen wir mal, der Andi muss noch einkaufen gehen. Hallo, Andi! Okay, Shari, ich muss jetzt einkaufen gehen, leider. Soll ich dir was Schönes mitbringen? Nein! Nein? Okay. Das... Das... Hä? Du sollst dir doch was mitbringen. Doch? Was soll ich dir mitbringen? Ähm... Weiß ich nicht. Weiß du nicht? Na, dann gucke ich mal, was ich finde, ja? Ein Pudding. Pudding? Ja. Mit Sahne. Pudding mit Sahne. Okay. Okay, dann gucke ich mal nach Pudding mit Sahne. Genau. Muss er sich jetzt beeilen, sonst sind die alle ausgekauft, ausverkauft im Laden. Wenn er jetzt nicht losgeht. Okay. Entschuldigung? Ist okay. Gut. Tschüss! 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 Bis bald! Tschüss! 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 Das heißt Tröten. Ja, da. Ja. Klasse! So, jetzt gucken wir mal. Guck mal.